herzlich willkommen dass thomas leute wir haben es bald weihnachten und ich wünsche auf jeden fall euch und er wird sehen es ist draußen richtig winterlich also bei uns hat schon geschaffen bei uns hat schon geschneit und so sieht es momentan aus ihr wolltet ja mal eine room tour durch mein haus und dann kriegt auch noch eine tour durch thomas haus und die bedanken let's go so leute hier stehen schmach hier ist thomas auf der couch okay und hier ist der fernseh ist der tisch ist der zweite tisch da hat mein papa geburtstag hier sind die frische zum guter so geht man zum flur auch nicht relativ groß dass es das bad jetzt kommt zum highlight die küche erst mal so Das ist mein Computer, mit dem ich immer schneide. Und ja, das war's eigentlich schon bei der Kultur. Thomas, hast du noch irgendwas zu sagen? Was denn? Also, ich muss euch mal eins sagen. Ich finde es voll deprimierend, dass mein Kollege, Kumpel, Bruder und auch was weiß ich. Äh, das ist einfach alles. Ich weiß nicht, es ist alles gut. Alles schicksal geschnallt. Es ist Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns auf heilig Abend. Denkt mit Elias und seinen Eltern. Und mit meinen Eltern. Da gibt's fettige Schenke für Weihnachtsbaum. Leckeressen. Krühlebein. Kinderbrünsche für Elias. Und Leute, ich muss euch was gestehen. Ich bin Raku, kann leider nicht raus, sonst hätten wir schon längst draußen gefilmt. Ja, und ich würde sagen, das war's. Okay. Aberkommende.